ARD Text im Auftrag von Funk Death Tower, Death Rush Oh Gott, ich hasse meine Internetzone Das ist alles gut, das ist gut, das sagt Nussi ich bin hier in meinem Team ich frage mich wie die Leute mich mal treffen ich bin ich bin wir viel 3 w darüber Nein! 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 Kür, kannst du jetzt noch nicht gestorben? Oh Mann! Ich habe... Einer Beste! Du leckst ganz schön! Ja! Sieh, Mann! Ist du lecker? Ja! Ja! Ich lecker! Mann! Oh Mann! Wäre ihr von hinten gekommen, XD? Ich bin sogar... Ich würde sogar bis Connected machen... Ist klar! ... Ich lasse... ... Also... ... ... ... ... und ich habe besser auf mal über den Ecken. Immer sterb ich an Grundy Danke Minecraft Komm doch auch Ja das 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 Benim die Bekloppen die Bekloppen er meint er hat geflogen ja ich merke das schon das bei dir bei meinen Eltern gar nicht ich muss gut gut netto ich bin dann kann ich ihn mit drei Personen einnehmen. Bin ich wenigstens noch interessiert? Ja. Nein! Du hast gewonnen. Juhu! Alter, das ist... ...so verwirrend. Ähm... ...muss ich meine... ...PB... ...Punkte für... ...den Rang... ...einlösen? Nun, sie hat halt die Skills. Nee. Juhu! ... 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 Ist das natürlich schwer zu reden? Wenn man nebenbei ist, sich zu konzentrieren muss. Hab ich gewonnen? Hab ich ihn gekillt? Agent Nussplan User joined your channel Okay, du bist irgendwie sehr geistig abwesend gerade. Oder? Was? Ich sagte, du bist sehr geistig abwesend gerade. Was sagst du gerade? Nee, ich wurde schon wieder rausgeworfen. Direkt in deine... Ich nehm gleich den Ruhmdorferin aus dem zweiten Stock, ne? Und im Profile, weißt du? Ich starte Minecraft auch nicht mehr. So lebt. Das kann nicht sein, Creeper Crunchy trifft mich immer. Jetzt weiß ich wieder wie das ging. Was? Nussblei, wieso stellst du dich immer genau vor mich? Du läst mega gerade. Du läst mega gerade. Ich weiß. Er will mich beschützen. Echt mal. Sei froh ey. Okay. Was ist das denn für eine Map? Die kenne ich gar nicht. Okay. Nee, Digga. Ich komm nicht mehr über Minecraft rein. Weil du halt einfach keinen Skill hast. Das musst du einfach machen. Das musst du einfach machen. Haha. Du bist ein Arsch, Alter. Haha. Weißt du? Nee, auf jeden Fall. Ich komm jetzt gerade bei Minecraft gar nicht rein. Okay, im Plan, was da los ist. Mein... äh... Ding ist schwach. Mein... Mann, sag schon. Weißt du schon. Hä? Wo war dein Stift hier? Pencil. Schrei vorerst. Schrei vorerst. Schrei vorerst. Oh Gott. Ich hab das falsch gezählt. Hier. Eine Linie nach dort. Eine nach wo. Ich guck gerade. Da. Ich bin ja in der feindlichen Basis. Bin so. Das ist voll mies. Oh, das ist das hässlichste Zweifrost, was ich je gezeichnet hab. Das ist rund. Ecke. So, jetzt. Smile that enough. Hab ich. Entschuldigung. Never get killed, Ikokshi. Juhu! Ihr seid mies. Ich hab'n Kill gemacht. Ich hab'n Kill gemacht. Ich hab'n Kill gemacht. Ich hab'n Kill gemacht. So, ich komm' jetzt auch wieder in mein Geschäft rein. Eventuell. Ich hab'n Kill gemacht. Ui wir lol und sowas gespielt wird nicht erklärt dann eben 40 das ist richtig geil also ihr zwei in einem team ist unfair das letzte mal pb ist ein halbes jahr her was ist denn für ein bopfer vor mir hast du mich vermisst? nein hast du die einfach erwartet? ja du klingst wie meine lehrer was? okay gut nein meine lehrer haben mich alle lieb die mögen mich nur nicht was? das hat für keinen Sinn er geht ich hasse diesen typen er kriegt mich immer wieder ich krieg den nicht tot ich habe übrigens werbung für dich gemacht in meiner schule ich muss so ein netter mensch sein das kann ich sein ich bin lange gestorben ich hasse Painball ich hasse Painball aber die DS-Musik ist so schrecklich welche DS-Musik? Topf Kopf von Togo verloren Neuschelstein alle wiedergeben das Video zu laut so so jetzt ziehen wir die alle alter aber ich hab schon wieder einen roten Pin so jetzt super das ist gerade schon noch nicht das war schnell jetzt spielen wir nur noch gegeneinander endlich wieder kurz seit du hast jetzt wieder einen schlechten Pin nee warte nee hab ich nicht na super ich hab schon 200 Punkte und du? äh ganz viele kann fahren die bei dem dem den den im Vielen Dank.